Derzeit ist in der Wetterküche was Großes im Gang. Wir haben auf der einen Seite vom Atlantik ein kräftiges Orkantief und auf der anderen Seite über Europa ein kräftiges Hoch. Und durch eine südliche Strömung kommt unglaublich warme Luft zu uns. Schauen wir uns jetzt mal hier auf der Animation an. Das kräftige Hoche Victor über dem europäischen Kontinent und die Tiefs vor Europa. Und dadurch fließt in einem breiten Strom die wärmste Luftmasse, die es überhaupt um diese Jahreszeit geben kann, bis weit nach Skandinavien rauf. Und durch diesen Warmluft-Import haben wir einfach noch diesen Oktober-Sommer, der sich auch heute wieder richtig durchsetzen wird. Und wir haben noch etwas vor den Toren Europas, nämlich jede Menge Sturm, der auf die britischen Inseln zuzieht. Und wir werden vom Wind nur im Nordwesten gestreift. Aber dadurch, dass wir hier den Wind haben, werden wir auch die höchsten Temperaturen unter anderem im Nordwesten bekommen. Denn die warme Luft muss um diese Jahreszeit runtergemischt werden, damit sie sich richtig erwärmen kann. Und das passiert eben in der Form von Wind. Und den spüren wir eben im Nordwesten hier mit Stärke 4 im Mittel. Und je weiter wir nach Südosten kommen, desto ruhiger wird es. Hier haben wir eher schwachen und umlaufenden Wind, aber auch keinen Nebel, weil die Luft noch relativ trocken ist. Was bleibt übrig? Ein paar dünne, hohe Wolkenfelder, die aus der Nacht heraus noch übrig geblieben sind. Auch im Westen sind dünne, hohe Wolken unterwegs. Sonst ist es strahlend sonnig. Und am Nachmittag werden dann im äußersten Westen die Wolken ein bisschen kompakter. Etwa so von der Kölner Bucht bis ins Emsland. Da scheint die Sonne so milchig matt hindurch. Sieben Stunden Sonne bekommen wir hier, sonst zehn bis elf Stunden Sonne. Das Höchste, was astronomisch um diese Jahreszeit überhaupt möglich ist. Die Temperaturen erreichen konservativ gerechnet zwischen 20 Grad an der unteren Donau und 25 Grad im Nordwesten. Vereinzelt werden sogar bis zu 26 Grad erreicht. Morgen wird es übrigens noch deutlich wärmer. Am Abend ist es leicht bewölkt oder klar. Man kann vielleicht sogar Sternschnuppen sehen. Der Mond ist ja auch nicht zu sehen. Und dazu liegen die Temperaturen im Wind im Nordwesten bei sommerlichen 20 Grad.